Hallo, mein Name ist Cynthia Detzler und ich bin ein Jenseits-Kontakt-Medium. Ich werde sehr oft gefragt von meinen Klienten, Cynthia, siehst du die Toten? Ja, das tue ich. Ich sehe verstorbene Menschen, tote Menschen. Aber das ist nicht so, wie man es in The Sixth Sense zu sehen bekommt. Zum Beispiel, dass sich die vorausgegangenen, sprich Verstorbenen, so zeigen, wie sie hinübergegangen sind. Sprich zum Beispiel nach einem schweren Unfall mit Verstümmelungen oder dass sie ganz nass wären, weil sie ertrunken sind. Oder dass man irgendwo Einschusslöcher sehen wird, wo die Kugel hineingegangen ist, wenn sie zum Beispiel erschossen worden sind. Das ist alles Blödsinn. So ist das nicht. Also die Geistigen zeigen sich so, wie sie zu Lebzeiten waren, in Zeiten, in denen es ihnen sehr gut gegangen ist. Und dann sind sie auch nicht so, wie ihr es jetzt hier seht, wie ihr mich seht, sondern sie sind durchscheinend. Sie sind wie eine Art Hologramm. Sie sind manchmal wie durch Milchglas. Manchmal sehe ich nur eine Silhouette. Meistens fühle ich sie.